Hier ist Fred Fred von Fettspielen.de und ich zeige euch heute, wie man sich für das härteste Browser-Game aller Zeiten, Timecraft, registriert. Das geht ganz einfach. Ihr geht wie immer auf Fettspielen.de und könnt hier oben auch gleich Timecraft suchen. Alles klar. Hier sind schon die Ergebnisse und da gibt es nur eins und da klickt ihr natürlich dann gleich drauf und seid hier auf unserer Timecraft-Seite. Ihr wollt jetzt Timecraft kostenlos spielen? Dann klickt ihr hier drauf. So, dann geht es weiter. Timecraft, Spielername eingeben. Meiner ist Fett Fred. Meine E-Mail ist freddike.charl.media.de und wie ihr seht, ich habe mich schon angemeldet und ihr solltet das auch tun. AGBs lesen akzeptieren, Spielinformationen per E-Mail erhalten. Das könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Könnt ihr es auch lassen. Dann könnt ihr hier noch euren Avatar auswählen. Das ist bekanntermaßen meiner. Und dann hier drauf klicken und jetzt kostenlos mitspielen und dann seid ihr sofort im Game. Euer Fett Fred von Fettspielen.de